Und dann gebe ich noch den guten alten Koundé dazu und der macht die anderen Jungs dann auch fool. Ich habe zwei Verteidiger aus der französischen Liga einfach. Ne, mir fällt gerade auf, Leute, ich habe reingeschissen, ich habe drei Verteidiger aufgeschrieben. Ich war ja richtig los, ich habe vergessen, Kiefer aufzuschreiben. Aber ist am Ende des Tages egal, weil alle drei sind es nicht.